Dass Frank Schöbel, ein berühmter deutscher Sänger, zu Wort kam und zugab, was er vor mehr als 50 Jahren über seine Liebe, seine Beziehung und seine Scheidungsentscheidung verborgen gehalten hatte, erregte große Aufmerksamkeit bei Medien und Fans. Er, jetzt 81 Jahre alt, teilt Vertraulichkeiten mit, die viele Menschen schon lange vermutet haben, aber noch nie offiziell von ihm gehört haben. Frank Schöbel ist nicht nur für sein musikalisches Talent bekannt, sondern auch für sein attraktives und elegantes Auftreten. Seine jungen Jahre waren geprägt von einer glänzenden Karriere als Symbol der ostdeutschen Musik und später des vereinten Deutschlands. Es gab eine Zeit, in der er das Idol von Millionen von Zuschauern war und nicht nur von einheimischen Fans, sondern auch von vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt bewundert wurde. Allerdings wissen nur wenige Menschen, dass Frank Schöbel in seinem Privatleben schwierige Zeiten durchgemacht hat, insbesondere wenn es um Liebe und familiäre Beziehungen geht. Er war mit der berühmten ostdeutschen Schauspielerin und Sängerin Chris Dörg verheiratet, mit der er viele denkwürdige Momente auf der Bühne und im Privatleben erlebte. Die Ehe der beiden hielt mehrere Jahre, doch schließlich beschlossen sie, sich scheiden zu lassen. Der Grund für diese Scheidung blieb viele Jahre lang ein Rätsel. Es zeigte sich lediglich, dass die beiden ihre getrennten Karrieren fortsetzten, ohne jemals den wahren Grund für die Trennung zu erklären. Fans spekulierten viel darüber, warum ein goldenes Paar der ostdeutschen Unterhaltungsindustrie getrennte Wege gehen musste, doch erst im Alter von 88 Jahren öffnete sich Frank Schöbel und teilte mit, dass der Fokus zu sehr auf ihrer Beziehung liege. Karma könnte die Ursache für das Scheitern ihrer Beziehung sein. Als junger Mann stellte Frank Schöbel damals seine Karriere in den Vordergrund. Die meiste Zeit verbringt er damit, sich der Musik zu widmen, zu touren, Aufnahmen zu machen und Fans zu treffen. Dies ist ein Engagement, das ihm unbestreitbar großen Erfolg in der Unterhaltungswelt beschert hat, ihn aber gleichzeitig in seinem Privatleben gekostet hat. Er gab zu, dass es vielleicht sein Ehrgeiz und seine Entschlossenheit in seiner Karriere waren, die ihn und Chris Dirk noch weiter auseinander trieben und zu der Entscheidung führten, sich scheiden zu lassen. Nach der Trennung von Chris Dirk heiratete Frank Schöbel nicht mehr. Jahrzehntelang setzte er seine Karriere fort und lebte das Leben eines einzelnen Mannes. Bei Veranstaltungen wurde er mit vielen Frauen gesehen, aber niemand wurde offiziell seine zweite Frau. Er verrät nicht viel über sein Liebesleben und das steigert nur die öffentliche Neugier. Mit zunehmendem Alter begann Frank Schöbel jedoch, die Einsamkeit klarer zu spüren. Er sagte, als er jung war, habe seine Karriere seinen ganzen Geist und seine ganze Zeit in Anspruch genommen. Aber jetzt, im Alter von 88 Jahren, wird ihm klar, dass er nicht mehr nur Erfolg bei der Arbeit braucht, sondern einen Begleiter Frau, um die letzten Jahre seines Lebens zu teilen. Je älter man wird, desto mehr versteht man, dass das Wichtigste nicht der Ruhm ist, den man einmal hatte, sondern jemanden an seiner Seite zu haben, teilte er mit. Frank Schöbel sagte, dass er immer das Fehlen eines Lebensgefährten gespürt habe, besonders im Alter. Die Führungen, die Scheinwerfer, die emotionalen Darbietungen wirkten alles seltsam und bedeutungslos, als er nach Hause zurückkehrte, ohne dass jemand wartete. Das Gefühl der Einsamkeit wuchs immer mehr, besonders als er sah, dass seine Freunde der gleichen Generation Familien in der Nähe hatten und jemanden, mit dem sie ihre Freuden und Sorgen teilen konnten. Deshalb ist es für Frank Schöbel nun das Beste, eine Frau an seiner Seite zu haben, auf die er hoffen kann. Er betonte, dass er sich keine gesellschaftliche Ehe wünschte, sondern dass er unbedingt jemanden brauchte, der ihn durch die letzten Jahre seines Lebens begleitete. Er sprach davon, dass er es bereut habe, als er jünger war, nicht genug Zeit für sein Privatleben aufgewendet zu haben, und das möchte er nun ändern. Obwohl die Zeit nicht zurückgedreht werden kann, glaubt er dennoch, dass es nie zu spät ist, Glück und Frieden in der Liebe zu finden. In letzter Zeit wurde Frank Schöbel auch immer wieder von den Medien dabei erwischt, wie er mit einer jungen Frau auf öffentlichen Veranstaltungen auftrat, was zu Gerüchten führte, dass er eine neue Beziehung eingehen und diese möglicherweise sogar wieder beenden würde. Auf die Frage nach dieser Frau angesprochen, dementierte Frank Schöbel die Gerüchte jedoch schnell. Er sagte, die Frau auf dem Foto sei nur ein Fan gewesen, der ein Foto mit ihm gemacht habe, nicht seine zukünftige Frau oder eine romantische Beziehung. Er sagte, dass er im Laufe seiner Karriere tausende von Fans getroffen und Fotos mit ihnen gemacht habe. Und es sei kein Wunder, dass diese Fotos... Frank Schöbel bestreitet seinen Heiratswunsch nicht, betont aber auch, dass er es nicht überstürzen werde. Ich habe gelernt, dass Liebe und Ehe reife und gegenseitiges Verständnis erfordern. Wenn das passiert, werde ich sehr glücklich sein, aber ich möchte nichts erzwingen oder überstürzen. Diese Worte von Frank Schöbel haben viele Menschen berührt und sie zum Nachdenken über das Leben des betagten Künstlers angeregt. Der Erfolg und der Ruhm seiner Karriere bringen ihm vielleicht Bewunderung und Liebe in der Öffentlichkeit ein. Aber wenn das Rampenlicht ausgeschaltet ist, ist er immer noch ein Mensch mit Grundbedürfnissen, nach Liebe teilen und dem Gefühl, sich neben seinen Lieben sicher zu fühlen. Frank Schöbel hat ein Leben voller Höhen und Tiefen erlebt, vom Höhepunkt seiner musikalischen Karriere bis zu den einsamen Momenten im Alter. Er erkannte, dass das Wichtigste im Leben letztendlich nicht Ruhm oder materieller Erfolg ist, sondern Liebe und menschliche Beziehungen. Als er jung war, hat er vielleicht zu viel Zeit und Energie in seine Karriere gesteckt und Gelegenheiten verpasst, sein persönliches Glück aufzubauen. Aber jetzt, mit 88 Jahren, möchte er dieses wiederfinden. Frank Schöbel hat seinen Fans und denen, die sein Leben verfolgen, auch eine tiefgründige Botschaft geschickt. Schätzen Sie die Beziehungen um sie herum und lassen Sie nicht zu, dass Karriere oder Ruhm den wahren Wert des Lebens verdecken. Er sagte das, wenn alles vorbei ist. Das, was bleiben wird, die Menschen sind, die wir lieben und die Erinnerungen, die wir gemeinsam geteilt haben. Das Leben von Frank Schöbel ist der Beweis dafür, dass es nie zu spät ist, Liebe und Glück zu finden. Obwohl seine Ehe gescheitert war und er viele Jahre lang ein Single-Leben geführt hatte, hoffte er immer noch auf Liebe und eine glückliche Familie. Dieser Optimismus hat ihm geholfen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern und sich weiterhin der Musik und sich selbst zu widmen. Letztlich ist Frank Schöbel nicht nur eine musikalische Ikone, sondern auch ein Mann mit aufrichtigen Gefühlen und Wünschen. Er hat ein buntes Leben geführt und ist nun, im Alter von 88 Jahren, bereit, neue Veränderungen zu akzeptieren, auch in der Liebe und in der Ehe. Und ob er erneut heiratet oder nicht, seine Lebensgeschichte ist immer noch eine wertvolle Lektion in Geduld, Mut und dem Glauben an das Glück. Obwohl Frank Schöbel nach seiner Scheidung Jahrzehnte allein verbrachte, hörte er nie auf, sich nach aufrichtiger und dauerhafter Liebe zu sehnen. Er versteht, dass das Alter den Wunsch nach Kontakt mit anderen nicht schwindet. Tatsächlich wurde ihm erst im Alter bewusst, wie wichtig es ist, einen Lebenspartner an seiner Seite zu haben, mit dem er die kleinen Freuden des Alltags teilen und die Herausforderungen, die das Alter mit sich bringt, gemeinsam meistern kann. Diese Gefühle entsprachen nicht denen, die er gestern empfand. Sie sind geprägt von der Einsamkeit, von langen Tagen ohne gemeinsame Mahlzeit, von der Rückkehr in ein leeres Haus nach Auftritten oder vom Wiedersehen mit Freunden und Kollegen in der Nähe. Jedes Mal, wenn er einen Fan trifft oder glückliche Paare sieht, verspürt er ein Gefühl der Leere. Er sagte einmal, Manchmal gehe ich nach einer Show nach Hause und fühle mich, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt. Dieses Gefühl begleitete ihn viele Jahre lang. Frank Schöbel ist in der Tat keine Ausnahme, wenn es um emotionale Bedürfnisse im Alter geht. Auch viele Menschen in ihrem Lebensabend erleben ähnliche Momente und erkennen, dass es im Leben nicht nur um Ruhm oder Reichtum geht, sondern um glückliche Momente mit den Menschen, die man liebt. Insbesondere, wenn er älter wird und sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, wird das Bedürfnis nach jemandem, der sich um ihn kümmert, dringender denn je. In seinen gemeinsamen Worten wird deutlich, dass Frank Schöbel nicht nur eine einfache Ehefrau sucht, sondern auch einen Seelenverwandten, jemanden, der ihn in allen Situationen verstehen und begleiten kann. Obwohl er in seinem Leben viele Liebeserlebnisse erlebt hat, kann niemand die Position einer echten Ehefrau ersetzen, die jeden glücklichen und traurigen Moment mit ihm teilt. Er erkannte, dass flüchtige Beziehungen die emotionale Lücke nur teilweise füllen können, aber kein tiefes und dauerhaftes Gefühl der Verbundenheit hervorrufen können. Deshalb ist für Frank Schöbel das Heiraten wichtiger denn je. Er suchte nicht aus Einsamkeit nach Liebe, sondern weil er klarer denn je den Wert einer echten Beziehung verstand. Mit Offenheit und Aufrichtigkeit teilte Frank Schöbel auch mit, dass er in der Vergangenheit Fehler gemacht habe und dass die Tatsache, dass seine Karriere an erster Stelle stehe, vielleicht dazu geführt habe, dass er wertvolle Beziehungen verloren habe. Aber er wollte nicht von diesem Bedauern gefangen gehalten werden. Stattdessen wollte er sich ihnen stellen und daraus. Die Fragen auch wieder in Mentimeter stellen können. Da gibt es dann auch nochmal eine extra Folie, sodass wir das auch dann auch von allen Gruppen, die sich beteiligen wollen, nochmal mitbekommen wollen. Jetzt aber. Viel Spaß. Hallo und willkommen zurück. Sie todeln wieder ein. Wunderbar. Ich hoffe, sie hatten einen angenehmen und inspirierenden Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken und holen uns nochmal Matthias und Michi auf die Bühne und gerne auch zu schauen. Sandra, magst du da einen Bildschirm freigeben? Dann können wir gemeinsam drauf gucken, was da so passiert ist. Ich glaube, die Leute haben heute gewählt, eher sich miteinander auszutauschen zu ihren konkreten Schritten. Es sind keine Fragen in Mentimeter jetzt eingegangen. Okay. Zu der neuen Frage, wozu sie noch gerne mehr hören möchten. Okay. Dann lass uns doch nochmal schauen auf die anderen. Sandra, bleib gleich hier. Ja. Für die anderen Fragen, die vielleicht keinen Raum gefunden haben, die wir vielleicht noch an die beiden stellen. Ja. Dass wir zum Beispiel einmal die mit dem Kollegium, also wenn man ein sehr motiviertes Kollegium hat, aber die Ausstattung nicht, war eine Frage, die noch offen ist. Und eine andere, wie mit den jüngeren Schülerinnen umgegangen wurde. Also welche Hürden und Chancen gab es gerade für die Kleinsten? Ich kann bei den Kleinsten anfangen. Denn wir hatten begonnen, die Primarstufe war am Anfang nicht dabei bei Teams. Die hatten das auch sehr, sehr schön und sehr, sehr niedlich über Padlets gelöst. Hatten Padlets eingerichtet. Die SchülerInnen konnten bei Padlet was posten. Sie haben Morgenkreis über Padlet gemacht und so. Und dann hat es aber, ich glaube, zwei Wochen gedauert. Und dann haben die über Geschwisterkinder kam dann der Wunsch, ey, wir wollen aber auch. Ich will auch mit meinen MitschülerInnen sprechen können. Ich will auch chatten können. Ich will auch diese Videocall-Funktion haben. Und meine Tochter war eine, also meine Tochter ist in der ersten Klasse. Und das war sehr, sehr niedlich zu sehen, wie die plötzlich auch da ganz intuitiv reingewachsen sind. Ich habe dann jeden Tag Tausende von GIFs gekriegt von meiner Tochter, die das total super fand. Und die dann auch darüber angefangen hat, mit ihren Freundinnen zu chatten. Sie hatten dann auch einen Morgenkreis. Also auch die Kinder sind sehr, sehr intuitiv, die sechs, sieben, acht jährigen sehr intuitiv damit umgegangen und hatten dann darüber, also haben die Kommunikationsplattformen weniger zum Arbeiten genutzt, wobei meine Tochter auch Duolingo gemacht hat und Khan Academy vor allem. Aber mehr wirklich um die Kommunikation in dieser doch schwierigen Corona-Zeit, die Kommunikation mit ihren Freundinnen aufrechtzuerhalten. Ja, ich würde gerne nochmal die Frage stellen nach dem Mitnehmen der Kollegen nochmal ganz konzentriert an euch beide. Das war ja nun unterschiedlich, das wissen wir.